Und damit wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmer aus Steinbars. Heute zu einem weiteren Set aus Diamond Blocks und zwar von Bellody, dem sibirischen Husky 16042. Ich habe ja schon, wie gesagt, ein bisschen was aus Diamond Blocks gebaut, wie zum Beispiel dieses kleine Bisasam oder ein nettes Pikachu. Aber ich glaube, wir müssen alle nicht darüber reden, dass das winzige Modelle sind im Vergleich zu diesem Husky. Zu diesem kleinen, zwei kleinen süßen Pokémon gibt es auf meinem Kanal auch schon eine Review oder wird es noch geben. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge das hochgeladen wird. Auf jeden Fall ist es aufgenommen und ihr könnt da auch schon mal sehen, was ich davon halte. Das ist aber, wie gesagt, nichts im Vergleich zu diesem Husky. Dieser Husky hat 1900 Teile. Das wird von daher auch ein bisschen aufwendiger, die Geschichte. Und wenn ich dann diesen Husky gebaut habe, weiß ich endgültig, ob ich ein Fan von Diamond Blocks bin oder nicht. Ich habe dieses Set übrigens 16 Euro auf Jume gekauft, habe dann aber auch gesehen, dass es einen deutschen Importeur gibt. Und das ist übrigens Blue Bricks. Kann ich euch mal einen kleinen Screenshot hier zeigen, dass die das eben auch im Angebot haben. Das Set ist dafür, ich kann da nochmal nachschauen für euch, für 18,95 Euro im Angebot. Also, wird dort angeboten für 18,95 Euro. Ist jetzt kein Angebotspreis. Das ist ein winzig kleiner Aufschlag fürs Importieren, ganz ehrlich. Und ehe ich es dann von Jume bestellt hätte, hätte ich es dort bestellt, hätte ich es eher gehabt und hätte auch noch einen guten Ansprechpartner dafür gehabt. Dann würde ich sagen, starte ich einfach mal. Wir bauen das hier zusammen auf. Ich zeige euch alle wichtigen Schritte oder was ich für wichtig erhalte. So ein paar Zwischenschritte und wie es eben zwischenzeitlich aussieht. Wenn ich Probleme habe, sage ich euch das auch. Und dann werde ich euch auf jeden Fall noch sagen, was ich von diesem Set halte, ob ich ein Fan davon bin und vor allen Dingen, ob ich es euch empfehle zu kaufen. Auch wenn es gerade bei Blue Bricks vergriffen ist, könnt ihr dort ja euch informieren lassen, wenn es wieder verfügbar ist. Ich habe mich da jetzt nicht mit Blue Bricks kurz geschlossen, ob das wieder importiert wird oder nicht. Das weiß ich nicht. Das seht ihr dann auf jeden Fall. Ich denke aber, wenn genug Leute informieren, wenn verfügbar dort klicken, dann werden sie sich darum kümmern, dass das auch wieder nach Deutschland kommt und werden es auch wieder hier verkaufen. Und deshalb verlinke ich es euch auf Blue Bricks und auf Jume werde ich es euch auch verlinken. Einfach nur, warum nicht? Wenn ihr wollt, wenn ihr die Zeit habt, könnt ihr es von Jume importieren. Ich denke nicht, dass es hier irgendwelche Markenrechtsverletzungen gibt, weil Belly, die ja eine Marke aus China ist und die kopieren ja jetzt keine Sets von Lego oder Ähnlichem. Es ist unter 20 Euro oder unter diesen 22 Euro, wo man eben keine Einfuhrsteuer zahlen muss. Da wird es keine Probleme geben, wenn ihr das selber importieren wollt, wenn ihr euch da die Zeit nehmt. Dann könnt ihr es gerne auch auf Jume bestellen. Wie gesagt, ich baue es jetzt auf jeden Fall zusammen und dann sehen wir uns im ersten wichtigen Bauschritt wieder. So, wir sehen uns schon mal relativ schnell wieder und zwar nach Bauschritt 8 von, ich glaube, Indy 80. Ich kann nochmal live nachgucken für euch. Es sind tatsächlich 84 Bauschritte. Nein, ich werde jetzt nicht 10 verschiedene Steps euch zeigen. Keine Angst, sonst wäre das Video wahrscheinlich ungefähr 2 Stunden lang. Auf jeden Fall wollte ich euch schon mal zeigen, wie hier die Füße geregelt sind und der Unterkörper von dem Hund. Und hier so langsam schon der Schwanz angedeutet wird und einfach mal wieder was zu den Steinen sagen. Also auf jeden Fall finde ich die Steine genauso wie schon bei dem Picacho und dem Bisazam sehr gut. Also die Klemmkraft ist sehr gut. Ich sage da immer eigentlich fast auf Lego-Niveau, beziehungsweise wenn das hier Lego-Steine wären von der Größe und eben nicht Diamond Blocks, dann wäre es einfach Lego. Das ist unglaublich gut. Und man hat ein sehr schönes Gefühl dabei. Die ersten Bauschritte sind wie immer ein bisschen knifflig und ein bisschen rumgefrickelt, weil man da eben irgendwelche Bilder zusammenlegt aus diesen winzigen Steinen, um dann da drüber zu bauen. Und das macht absolut keinen Spaß. Aber wenn man dann Bauschritt 3 erreicht hat, dann wird das alles besser, dann macht es auch Spaß. Und dann macht es umso mehr Spaß, umso mehr man hier hochschichtet. Weil man baut eigentlich meistens symmetrisch weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Dann nimmt man es schon mal rum und denkt sich so, wow, ist ja schon ganz schön was geworden. Das sind schon einige Schichten. Und man erlebt einfach schön, wie bei eben herkömmlichen Lego, wie man etwas aufbaut und sich manchmal denkt, oh, das ist natürlich cool, jetzt habe ich den Stein dorthin gemacht, wäre ich nie drauf gekommen und schaffe dadurch das und das. Das können diese Diamond Blocks unglaublich gut und eben auch mit einem relativ kleinen geldmäßigen Aufwand. Und ich meine, überlegt euch mal, 1900 Teile von Lego oder Lego-kompatiblen Sachen, da greift er tief in die Tasche. Und das kostet, da kommt er nicht mit 16 Euro weg. Und deshalb hat man hier auf jeden Fall für relativ wenig Geld sehr viel Spaß. Man muss aber aufpassen, dadurch, dass das jetzt natürlich ein größeres Modell ist und man eine relativ lange Seite hier hat von Diamond Blocks, muss man schauen, dass man die alle gut zusammenpresst wirklich und nicht irgendwo Lücken lässt, weil sonst wölbt sich das. Und das merkt man dann, dass das hier kippelt. Und das ist relativ fest. Wenn man da aber jetzt nicht richtig aufpasst, dann kippelt das halt richtig bap, 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 bap. Wisst ihr, was ich meine? Passt da auf jeden Fall mal auf. Wir sehen uns dann bei den nächsten Schritten wieder. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und im nächsten Schritt sage ich euch, ob das so geblieben ist. So, und wir sind jetzt bei Bauschritt 32. Und falls ihr euch fragt, warum hier so wenig geschehen ist in den Bauschritten, in den vielen Bauschritten, die wir jetzt übersprungen haben, das ist natürlich nicht alles, was passiert ist. Ich wollte aber erst mal was dazu sagen und dann haben wir noch was extra gebaut, was wir dann ranbauen, was ich euch dann eben auch nochmal extra zeige. Hier, es ist ein sehr stabiler Bau, kann man sagen, das ist bisher absolut kein Problem. Da geht nichts kaputt, da fällt nichts ab. Das hält sehr gut. Man hat aber am Bau schon ein paar Stellen, die schwierig sind, wo man zum Beispiel sehr viele Dreiecksteile aneinander legt, die auch mit der einen Noppe hier quasi schon wieder in die Luft, also in das Modell reingucken. Und da legt man Dreiecksteil über Dreiecksteil über Dreiecksteil erstmal hintereinander und dann übereinander. Da ist es sehr oft, dass man dann dadurch aus Versehen das Dreiecksteil unten wieder weghebelt, weil man ja quasi perfekt am Hebel an der Noppe ist und das dann wieder alles weghebelt vom Modell und dann muss man wieder neu anfangen. Das ist ein bisschen schwierig gewesen, aber hier soweit so gut, das hat alles noch Spaß gemacht. Dann haben wir aber etwas, was ein bisschen weniger Spaß gemacht hat und das ist die Konstruktion dieser Beine hier. Die werden jetzt hier herangesetzt, aber bevor ich das reinsetze, möchte ich darüber auch noch was erzählen, weil die Beine haben einige Sollbruchstellen, das ist zum Beispiel hier der Fall, wo es bricht und das ist hier der Fall, wo es sehr gerne abbricht. Wenn man jetzt also immer wieder auf den Beinen draufdrückt, 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 also die nächste Schicht draufbaut, dann bricht das gerne hier unten auseinander und man muss es wieder zusammensetzen, man muss wieder schauen, wie war das drauf. Im schlimmsten Fall muss man wieder alles neu aufbauen. Deshalb haben die Beine jetzt mal geschlagen, dieses bisschen hier, 45 Minuten gedauert, wobei das ganze Teil hier vielleicht um die halbe Stunde gedauert hat. Das ist natürlich schon extrem, das ist ein bisschen ein Frustfaktor, ich hoffe, das wird besser und vor allen Dingen, wenn es dann jetzt am Modell dran ist, dass es nicht mehr auseinanderbricht. Wenn nicht, wäre das ein großer, großer Minuspunkt für das Modell, aber soweit sind wir ja noch nicht. Im Endeffekt setzen wir das jetzt eben dort drauf. Ich kann es jetzt schwierig live machen, aber es würde dann einfach hier vorne quasi drauf gesteckt. Ich kann es jetzt wie gesagt nicht live machen, weil ich ja nur eine Hand habe. Ich mache es aber auf jeden Fall und dann seht ihr ja sowieso im nächsten Bauschritt, den ich euch zeige, wie das hier vorne aussieht. Und ich hoffe einfach, dass das dann Stabilität bringt, weil wir dann in den nächsten Bauschritten auch schon wieder da drüber drauf bauen. Und ich hoffe, dass das dadurch dann erstmal stabil ist und nicht mehr bricht. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Bauschritt. Wir sind jetzt tatsächlich schon bei Bauschritt 50 und ich muss sagen, der Husky nimmt immer mehr Gestalt an. Und die anfänglichen Schwierigkeiten sind jetzt eigentlich schon wieder vergessen. Mal schaut euch mal an, wie schön das hier ausgearbeitet ist. Ich weiß nicht, wir sind jetzt von den Schritten knapp über der Hälfte, von den Bauteilen wahrscheinlich auch. Und wir haben schon so ein schönes Modell. Das liegt echt gut in der Hand, das ist stabil, das sieht wunderschön aus. Ich finde gerade hier vorne auch, dass sie das ein bisschen unsymmetrisch gemacht haben und nicht vollständig symmetrisch. Das zeigt einfach, wie viel Liebe da ins Detail geflossen ist. Da kannst du jetzt nicht einfach mal die eine Seite spiegeln und auf die andere Seite packen, sondern die haben sich wirklich Gedanken gemacht, dass wir nicht ganz symmetrisch bauen, sondern ein bisschen unsymmetrisch auch und auch mal mit den Farben spielen. Und das macht ja dann den Husky am Ende realistisch. Weil alles Realistische ist nie perfekt symmetrisch. Auch wenn das manche Züchter so wollen. Wisst ihr, kleiner Exkurs, wählen sie dich Züchter. Da müssen die Punkte genau symmetrisch sitzen und genau perfekt aussehen. Und das Gefieder muss perfekt sein. Das ist einfach nicht natürlich. Und das ist bei den 99% der Tiere sowieso nicht so. Und das ist auch beim Husky nicht so. Und deshalb finde ich es viel schöner so, als wenn hier stur symmetrisch gebaut wird und es am Ende so unnatürlich aussieht und eben vom Menschen erschaffen aussieht. Und deshalb muss ich sagen, hier ist wirklich Herzblut reingeflossen. Hier ist Liebe reingeflossen und das weiß ich zu schätzen. Und ich freue mich sehr darauf, das Modell weiterzubauen. Ich bin jetzt fertig mit Bauschritt 61 und ich muss sagen, das Aussehen von dem Modell macht einiges wieder wett. Weil ich weiß nicht woran es liegt, an der Qualität der Steine im Normalfall nicht. Also kann ich nur vermuten, dass es an einigen wackeligen Bautechniken liegt, die dort gebaut sind. Und ein paar Fehlern in der Anleitung oder was heißt Fehlern in der Anleitung, einer undurchdachten Bauweise in der Anleitung, dass ich so viele Schwierigkeiten mit dem Modell hatte, wie ich sie hatte. Das Problem ist, dass man hier vorne auf der Schnauze weiterbaut, die ganze Zeit. Man hat hier unten die Platten festgemacht und baut dann die ganze Zeit weiter auf der Schnauze, weiter rüber, 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 schichtet auf, Schnauze und dann wieder den Kreis rum. Das hat aber dann das Problem, dass hier nicht geschichtet wurde. Das seht ihr hier bei diesem Übergang von schwarz zu weiß. Das ist eine Linie. Und dadurch, dass das eine Linie ist, hat man das Problem, dass man die ganze Zeit, wenn man hier vorne festdrückt, entweder den Hund halt nach vorn kippt, was dann zur Folge hat, dass die Beine abbrechen. Oder wenn man hinten hält, dass er nicht nach vorn kippt, wieder hier das Modell auseinander drückt und man am Ende die Schnauze wieder komplett alleine in der Hand hat, vom Körper getrennt. Und das dann wieder draufzusetzen auf die ganzen Noppen, ist wirklich ein Graus. Also da fallen einem dann noch mehr Sachen ab. Da muss man aufpassen, dass einem nicht noch die Schnauze auseinander bricht. Und deshalb habe ich jetzt, ich weiß nicht, für fünf oder sechs Bauschritte gerade mindestens eineinhalb Stunde gebraucht. Und das hat ein bisschen was versaut von dem Modell. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr schade, wenn man bedenkt, wie hübsch das Modell ist und wie viel Spaß es bis dahin gemacht hat. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt wieder besser wird. Wahrscheinlich seht ihr jetzt, wenn dann der Kopf geschlossen ist und die ganze Form hier oben zu ist, in ca. 20 Bauschritten den fertigen Hund und dazwischen nicht nochmal eine Einblendung. Aber ich hoffe, dass es jetzt besser läuft, dass diese Probleme jetzt Geschichte sind, nachdem wir hier ein, zwei Mal drüber geschlichtet haben. Und ich am Ende sagen kann, dass ich das Modell empfehlen kann und nicht drüber meckern muss, weil ich finde das Modell wirklich an und für sich sehr schön. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall dann mit dem fertigen Husky. Ah, er ist fertig, er ist fertig und ich freue mich so, dass er fertig ist. Obwohl das schon wieder ein bisschen was über das Modell aussagt, aber dazu kommen wir später. Ich muss sagen, es hat sich echt sehr, sehr lange hingezogen. Da sind Stunden reingeflossen und auch wenn ihr das Modell bauen wollt, würde ich euch sagen, teilt euch das auf mehrere Tage auf und vor allen Dingen holt es euch nur, wenn ihr eine große Toleranzgrenze habt oder eine große Frustrationsgrenze. Weil das Modell macht teilweise echt keinen Spaß beim Bauen. Ich bin ja schon darauf eingegangen, dass es das bei den Füßen gab, dass es das bei der Schnauze gab. Das wird dann, wenn man den Kopf, die Ohren baut, wird das besser, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Und ich muss sagen, dass da auch ein paar Fehler drin sind, einfach, die nicht sein müssten. Die ja in den Bau dann vermiesen. Das ist erstmal der Punkt. Es macht vom Bauen her teilweise sehr viel Spaß und es gibt aber halt auch Stellen, die das alles sehr, sehr, sehr vermiesen können. Und deshalb bin ich auch froh, ich habe es fertig und gut ist. Jetzt kommen wir aber zu dem anderen Punkt. Das Modell sieht halt einfach phänomenal aus. Das muss man einfach sagen. Schaut euch doch mal diesen süßen Hund an. Also ich finde ja gerade, wie die Augen gebaut sind, wie die Schnauze gebaut ist, dass diese knuffige Nase ist, dass sie sich bei den Ohren so viele Gedanken gemacht haben, dass sie da auf Symmetrie verzichtet haben. Sieht einfach sehr, sehr, sehr schön aus. Und ich muss sagen, es ist ein super Hund, es ist ein super Modell von einem Husky, vom Aussehen her. Und da vergisst man einfach auch einige Schwächen vom Bau. Wenn es dann fertig ist, super zum Hinstellen. Aber wie gesagt, nehmt euch Zeit für den Bau, holt euch einen Tee dazu, trinkt da auch mal einen Schluck und regt euch nicht auf. Und wenn ihr keine große Ausdauer habt oder keine große Toleranzgrenze, dann kann ich euch das Modell ehrlich gesagt nicht empfehlen. Sonst, die Anleitung ist echt teilweise sehr schwer zu lesen, das muss man sagen. Wenn man nämlich hier gerade diese Bauschritte hat, wo man sehr viel Schwarz auf Schwarz baut, da braucht man teilweise echt eine Lupe, um zu unterscheiden, hat man da jetzt einen Dreieckstein oder hat man da jetzt einen Zweierstein und einen Einerstein. Und ich muss sagen, es ist kein Teile-Trenner dabei gewesen, den habe ich noch von den Pokémon-Modellen. Ich habe ihn aber bei diesem Modell mehr oder nie gebraucht, sonst wäre ich an diesem Modell verzweifelt. Also, ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr dieses Modell kauft, schaut, dass ihr irgendwo so einen Diamond Blocks Brick-Trenner oder Brick-Separator bekommt. Sonst wäre das eine schwierige Nummer. Das kann ich euch schon mal so verraten. Dann hatten wir auch noch fehlerhafte Teile, also Teile, die von der Klemmkraft nicht so toll waren, wieder auseinandergesprungen sind. Das sind relativ wenige. Da hatte ich einen Vierer zum Beispiel dabei. Der gehört dazu. Der war nicht gut. Und dann habe ich auch wirklich fehlerhafte Teile. Also zum Beispiel, schaut euch mal diesen Einer-Brick an. Also, das ist völlig falsch gegossen und gar nicht brauchbar. Und das schlimmste Teil, was wir davon haben, ist ein Vierer-Brick. Den muss man sich auch mal anschauen hier. Also, der ist halt auch unbrauchbar komplett. Da ist was beim Gießen absolut schiefgelaufen. Kann man nicht verwenden. Das ist aber eine Ausnahme, muss ich sagen. Das ist das erste Mal bei Diamondblocks so, dass ich das erlebt habe. Und es ist im Endeffekt nicht wirklich schlimm, weil wir haben tatsächlich, also ich muss jetzt mal schätzen, ich würde sagen, dass wir so um die 70 bis 80 Ersatzteile haben. Was natürlich sehr schön ist und dann diesen Fehler wieder ein bisschen abschwächt. Aber das sind natürlich Sachen, die einen beim Bauen ein bisschen frustrieren können oder stören können, weil man dann nicht weiß, bin ich jetzt zu blöd, das zu bauen oder liegt es am Stein? Also, das ist bei den Fehlgüssen natürlich sofort erkennbar. Bei dem Vierer-Brick aber nicht unbedingt. Dann muss man sagen, es sind halt echt unglöckliche Bautechniken dabei, wo man die ganze Zeit auf Stellen drückt, wo man nicht drauf drücken sollte und damit sich das Modell wieder zerlegt. Das hatten wir bei den Beinen, das hatten wir bei der Schnauze, das hatte ich dann auch am Ende beim Schwanz. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Diamondblocks mehr oder weniger immer Schicht um Schicht bauen und man sehr wenig mal wirklich einen Teil einzeln baut und dann gesamt dransetzt. Das ist dann, wenn das Modell komplett ganz ist, nicht mehr schlimm, aber das erschwert halt den Aufbau. Das muss man immer dazu sagen. Sonst, ich empfehle euch das Modell, wenn ihr es hinstellen wollt und wenn ihr es einfach hübsch findet, empfehle ich es euch uneingeschränkt. Ich finde, man könnte nur noch die Beine etwas schöner machen, weil sie mir hier gerade ein bisschen zu gerade und zu perfekt aussehen, zu symmetrisch und zu gerade. Man hat aber die Teile, um das zu ändern, wenn man das möchte, das ist kein Problem. Aber wenn er euch gefällt, so wie er ist, kauft es euch gern. Für das Geld macht ihr da keinen Fehler. Ihr habt da wirklich ein schönes, großes Modell und einen sehr schönen sibirischen Husky. Wenn ihr aber Bauspaß haben wollt, dann muss ich euch sagen, fand ich das sehr heavy. Da kann ich das nicht unbedingt empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein besonders schlechtes Modell hatte, was das angeht oder ich weiß nicht, ob es ein Montagsmodell war, weil zum Beispiel bei den Pikachus oder bei diesen kleinen Diamond Block Modellen hatte ich solche Probleme noch nie. Aber gut, das ist natürlich auch eine wesentlich einfache Konstruktion und eine wesentlich kleinere Teileanzahl. Ja, dann muss ich das sagen, dann weiß ich nicht, ob ich es euch empfehlen kann. Wenn es euch nur um den Bau geht, um den Bauspaß und euch das Modell dann an sich zweitrangig ist, würde ich euch eher davon abraten. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Sonst, wie gesagt, als Modell, was man sich hinstellt, empfehle ich es uneingeschränkt. Natürlich weiß ich darauf hin, es gibt die Probleme beim Bau. Aber sonst ist es ein tolles Modell. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Designtechnisch wurden sich hier sehr viele Gedanken gemacht. Und das muss man denen hoch anrechnen. Bautechnisch halt nicht. Und das ist auch im Endeffekt das Fazit. Ich verlinke euch das natürlich wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch den Kanal abonnieren für weiteren Diamondblock-Content oder auch generell Klemmbaustein-Content. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Krieg der Steine.